hallo hier ist muho aus osaka am 31 märz 2019 ich werde dieses video auf den antaiji youtube account hochladen für die die vielleicht noch nicht gemerkt haben dass es zwei youtube accounts gibt es auf die ich videos hochlade das meiste habe ich in den letzten jahren auf den antaiji account hochgeladen von jetzt an werde ich nur noch videos hochladen die etwas mit antaiji direkt zu tun haben oder die ich dort geschossen habe also ausschnitte aus der aus dem leben in antaiji oder wenn ich einen vortrag in antaiji halte dann werden diese vorträge auf den antaiji account kommen aber alles andere von mir so viel zum beispiel die gespräche von penetrierenden mittelschüler die ich die letzten wochen über übersetzt habe oder sachen hier die ich in osaka mache vorträge die ich außerhalb von antaiji halte informationen über die sen gruppe die ich hier in osaka starten werde also wir werden uns morgens jeden sonntag im park in osaka treffen solche infos die kommen alle auf meinen persönlichen youtube account den findet man wenn man nach muho nölke also nach meinem namen sucht bei youtube bzw ich werde hier auch einen link drunter setzen ich habe auch viele von den alten videos die auf dem antaiji account schon sind neu hochgeladen auf meinen persönlichen account und viele listen jetzt auch zusammengestellt also davor war das alles nur einzelne videos ich habe das jetzt versucht ein bisschen zu ordnen also wer jetzt speziell nach penetrierend ich sucht der findet eine playlist oder wer nach den videos von meiner reise letzten herbst nach deutschland sucht er hat da eine liste ich hoffe dass das alles ein bisschen einfacher wird also wie gesagt für die die nur den antaiji account abonniert haben aber sich auch für meinen persönlichen kram interessieren die mögen doch bitte auch meinen persönlichen account abonnieren dann sehen sie mich öfter oder ab und zu mal vorbeischauen auf der antaiji homepage da findet man dann beides ok soviel für heute und tschüss